Hallo liebe Kollegen, Marc und ich haben uns für die 100. Episode was ganz, ganz Besonderes überlegt und zwar werden wir die 100. Episode live ausstrahlen. Und jetzt kommt das Beste, du kannst mit dabei sein und deine Fragen an uns stellen und eben auch live mit dazukommen. Und ja, deswegen schau einfach unbedingt in die Shownotes und da habe ich einen Link reingepackt und ja, dem musst du einfach folgen und dann kannst du live dabei sein und du erfährst natürlich auch, wie das geht. Und außerdem wird es für die 100. Episode eine Verlosung geben und so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Das sind echt mega coole Sachen und echt krasses Zeug und wenn du erfahren möchtest, wie du an der Verlosung teilnehmen kannst, dann guck auch einfach mal in die Shownotes, da ist auch ein Link. So und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der 99. Episode. Hallo Torben, schöne Grüße nach Buxtehude. Ja genau, Horniburg, aber ist auch egal. So, heutiges Podcast-Thema. Wie befriedige ich meine Frau so richtig? Ja Marc, du fängst an. Erzähl mal. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Vor allem ich auf dieses Thema. Ich erinnere noch gestern Abend, ich lag schon im Bett und ich habe, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, Thema für heute. Und du hast genau dieses Thema rausgehauen und ich habe gesagt, selbstverständlich, das greifen wir auf. Nein, das kam ja nicht von mir. Es war sehr spät, habe ich eine Uhrzeit. Irgendwas, was ihr da gemacht habt, das weiß ich ja nicht. 23 Uhr oder so und wir haben WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Und meine Frau sagt, was schreibst du denn da schon wieder? Ja, wir sind gerade dabei, Themen für morgen zu besprechen. Dann sagt sie, wie befriedige ich meine Frau so richtig? Ja, und ich habe sofort gedacht, das ist ein super Thema, ja. Okay, das nehmen wir auf und glaub mal nicht, dass ich das nicht sagen würde. So, und jetzt ist es raus. Zweites Thema. Ja, ganz offiziell. Ja. Und ja, sag mal, wie machst du das denn so? Oh, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich aber erwischt. Mensch, ich würde jetzt direkt einfach mal ganz elegant zu unserem eigentlichen Thema übergehen. Also, das traue ich mich dann doch nicht so in der ganzen Öffentlichkeit. Aber komm, lass uns einfach über etwas anderes sprechen. Lass uns einfach über das. Du hast ja gestern auch noch ein zweites Thema gemacht. Ich meine, wir können das ja nochmal auf die 100. Folge schieben. Apropos 100. Folge, obwohl, da können wir gleich zu. Heute ist 99, ne? Heute ist 99. Heute ist 99 und nächstes Mal sind wir echt bei 100. Ey, das ist schon ganz schön fett. 100 Folgen. Heftig, heftig, Digga. 100 Folgen. Sehr cool. Wow. Ja, wobei ich ja etwas später eingestiegen bin, aber dennoch, also ich finde das richtig cool, dass unser Podcast schon so lange besteht. Richtig, richtig geil, ja. Aber noch sind wir nicht bei der 100. Wir sind erst bei der 99. Und ja, wollen wir einmal ganz kurz über die 100. philosophieren, Marc? Ja, gut, dann hauen wir das direkt am Anfang raus. Da haben wir uns natürlich auch ausgetauscht. Was machen wir denn bei der 100.? Das ist natürlich schon so ein bisschen was. Das ist ja ein runder Geburtstag sozusagen. Da muss man schon ein bisschen was Besonderes machen. Und ja, da ist natürlich naheliegend, dass man irgendwie sagt, so, da machen wir eine Verlosung. Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte ursprünglich mal, wäre so mein Plan gewesen, dass, also meine Freundin und ich einfach zu dir nach Köln fahren und wir dann uns live sehen und das erste Mal im Leben überhaupt und da die 100. Folge machen und dann natürlich auch eine Aktion. Aber gut, das denke ich mal, das schieben wir dann noch auf. Auf, ich hoffe nicht auf die 200. Aber auf jeden Fall ein bisschen noch auf. Aber eine Verlosung, ne? Ja. Ja, wobei die Idee fand ich jetzt eigentlich gerade fast gut, was du gesagt hast. Ja, fast gut, ja. Ja, also ja, ich denke noch mal drüber nach. Ich, also ich muss mal gucken, wie es, also können wir noch, also wir bleiben darüber in Kontakt. Bis dahin sind wir wahrscheinlich wieder im kompletten Lockdown, ne? Ja, hör mal auf. Also ich hoffe nicht, aber naja, lass uns nicht darüber sprechen. Nein, aber eine Verlosung, ne? Wir machen eine Verlosung und die Idee dahinter ist, wir hauen unseren Ramsch raus. Ja, aber wir sind das eben schon mal durchgegangen, da ist doch einiges bei, möchte ich sagen. Ne, das ist kein Ramsch, ne? Also das, was wir eben da schon mal definiert haben, ist auf gar keinen Fall Ramsch, sondern lediglich Dinge, die wir nicht mehr benötigen. Nö, aber die anderen Fotografen, Kollegen möglicherweise noch eine sehr große Hilfe sind und ja, und wir wirklich, wir verlosen das, ja, wir hauen das raus. Absolut, absolut, ja. Ich fange jetzt direkt mal hier mit dem an, was jetzt meine erste spontane Idee war. Da haben wir nämlich gerade erstmal noch recherchieren müssen, weil wir gar nicht mehr wussten, wie der heißt, beziehungsweise aneinander vorbeigeredet haben. Es geht um den Moneymaker, ne? Der Moneymaker von Photocreen, zumindest heißt die Website so, Photocreen, mit PH, photocreen.de. Ja, der Moneymaker, ein Kameraholster, beidseitig. Wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen hier wie der Pistolengurt von James Bond, ne? Also, wenn du einen Sakko trägst, siehst du nichts mehr davon. Ja, also ich finde ihn richtig cool und wenn ich jetzt, also ich würde, wenn ich daran teilnehmen würde an der Verlosung, dann dürfte, dann würde ich da auch direkt das machen. Allein schon wegen dem Moneymaker. Weil ich habe den nämlich auch, wobei, so gesehen, brauche ich ihn eigentlich nicht. Ich habe nur die, das ist die russische Variante davon. Ich dachte, du nutzt ihn. Ja, doch, doch, ich nutze ihn. Also, ich brauche nur deinen nicht, weil ich habe ja einen eigenen sozusagen. Ach so, okay. Und ich nutze den regelmäßig, also ich finde ihn auch cool. Also, es sorgt immer für Gesprächsstoff, auch auf Hochzeiten. Mein Moneymaker habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal, vielleicht viermal getragen, auf gar keinen Fall mehr. Ja. Das war nie so mein Ding und deswegen liegt der jetzt schon seit Ewigkeiten rum. Ich wollte ihn irgendwann mal verkaufen und irgendwie ist es, dann bin ich doch nicht dazu gekommen. Das Ding hat echt mal, oder ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, auf jeden Fall ist jetzt hier der aktuelle Preis für den. Vielleicht gibt es auch verschiedene noch. Der ist schon. Aber was ich hier gerade sehe auf der Seite, satte 235 Euro. Das ist schon ein Hauptgewinn, ja. Das ist schon ein Hauptgewinn. Ja, also den hauen wir raus. Ja, also das hauen wir raus. Mindestens mal, das ist jetzt also dann mein erster Beitrag. Jetzt darfst du kontern. Jo, ja, ich habe was, ja, nicht ganz so cooles, aber auch, ja, zumindest ähnlich, also von, ich sage mal, von der Handhabung und Funktionalität geht das wirklich in die gleiche Richtung und zwar den Spider-Holster. Das ist wie so ein, ja, das ist halt ein Gürtel, den du da umschneiden kannst und, ja, da kannst du halt so eine Kamera einklinken, wie so ein Revolver. Gibt es auch beidseitig, ne? Auch beidseitig. Ja, also ich hatte erst die einseitige Variante und dann habe ich mir nochmal die, ja, dann kommen wir nach so als Add-on, kannst du denn noch quasi auch für die andere Seite auch noch so ein Teil bestellen. Und, ja, das, also auf der einen Seite habe ich auch viel benutzt, das Beidseiger habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht benutzt. Ja, also für mich ist es dann nicht mehr praktikabel gewesen, aber das Ding ist halt immer noch, ja, quasi neuwertig, also es geht ja auch nicht kaputt und auch ziemlich hochwertig, möchte ich sagen. Ja, das kann ich bestätigen, denn ich habe den Spider-Holster auch einseitig. Und den benutzt du noch, oder? Nö, auch nicht, deswegen hau ich auch mit hier drauf. Haust du auch mit drauf, ja, sehr gut. Hau ich auch drauf, ja. Sehr gut, aber wie machst du das? Den benutze ich auch nicht. Benutzt du denn irgendwas, irgendwie, einen Gurt einfach, oder? Kamera-Gurte. Ja. Kennst du noch ganz normale Kamera-Gurte? Ja, ja, oldschool, oldschool. Wobei ich die, ich habe die von, ach Gott, wie heißen jetzt hier die tollen Taschen? Compagnon. Compagnon, genau. Von Compagnon habe ich die zwei Gurte, auch aus braunem, glatten Leder und die mag ich total. Die sind auch schmal, also deutlich schmaler als die Originalen und länger. Hängen also auch ein bisschen, kannst du ja auch kürzer machen, aber ich habe das tatsächlich gern, wenn die, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen länger an der Seite runter baumeln. Ja. Und, also an der Seite runter baumeln, nicht, dass jetzt hier einer was Falsches versteht. Ich habe das schon richtig verstanden. Ja. Und die nutze ich. Die nutze ich jetzt schon eine ganze Weile und damit bin ich sehr, sehr, sehr glücklich und ich brauche weder Moneymaker noch Spider-Holster oder sowas. Aber du hast ja auch mal. Alles mal getestet, ist nicht meins. Du hast ja nur eine Kamera, ne? So zur Zeit, also du hast mehr als eine Kamera, aber gleichzeitig benutzt du nur auf Hochzeiten beispielsweise eine Kamera, oder? Nein, zwei. Und damit kommst du klar mit den Gurten? Ja, ich habe einen links, einen rechts. Ja, okay. Ja. Ja, gut. Ja, da komme ich in der Tat sehr gut mit zurecht. Sehr gut, ja. Ja, umso besser für unsere Zuhörer, die dann die Chance haben auf deinen Moneymaker. Also wir sind jetzt bei einem Moneymaker und zwei Spider-Holster. Dein Spider-Holster ist jetzt auch einseitig, oder war der jetzt beidseitig? Nee, ist beidseitig. Ist beidseitig. Ja. Ist der nachgerüstet, weil den gibt es nämlich fertig als Zweier und es gibt den als einseitigen, wo du dann noch so ein Set nachrüsten kannst, das musst du dann irgendwie dran schrauben, oder? Genau, so ist das. Ist aber auch schon dran geschraubt, also. Ja, okay. Ja, also ist quasi zweiseitig. Ich weiß nicht, ob die Original-Doppelten irgendwie anders sind, aber auf jeden Fall ist das nachgerüstet und, ja, hält aber. Ja, es ist auch cool. Also den fand ich persönlich ja schon mal besser als der Moneymaker. Aber das ist halt alles Geschmacksache, ne? Der Moneymaker ist ja auch für zwei Kameras dann auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Sehr gut. Jo. Genau, mal gucken. Vielleicht machen wir noch Fotos dazu auch, oder so. So, was haben wir noch? Ach, ich hab noch eine Softbox, die ich nicht benutze. Das ist so eine portable Softbox. Die lässt sich so aufspannen wie so ein Regenschirm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie die heißt. So eine Octabox ist das. Und da kannst du so ein Systemblitz einspannen. Und, ja, also, ich hab die irgendwie nie, ja, was weiß ich, ein-, zweimal benutzt. Na gut, das verschleißt ja auch nicht das Ding. Und, ja, hab festgestellt. Firebird? Ist das die Firebird? Ah, Firefly heißt die, glaube ich. Firefly, so war es genau. Ja, Firefly. Genau, die ist es. Die ist eigentlich sehr cool. Ich hab auch noch eine rumfliegende Firefly, die ich auch schon Ewigkeiten tatsächlich nicht mehr benutze habe. Aber ich hab sie aber sehr gerne benutzt, ja, also für, ich hab ja keinen normalen Aufsteckblitz mehr. Deswegen kann ich damit auch nichts mehr anfangen, ja, weil die AD200, die ich habe, die kriegst du da ja gar nicht so rein. Okay. Glaube ich jedenfalls. Also willst du den jetzt auch mit raushauen, deine Firefly? Wenn ich den überhaupt noch finde, ich weiß nicht, wo die ist. Also das ist halt der Punkt. Ich müsste wirklich mal, ich guck mal nochmal meinen ganzen Kram durch und was ich da noch so finde, hau ich direkt auch noch mit raus. Also kommen bestimmt noch ein paar Sachen dazu. Okay, du packst auf jeden Fall eine Firefly nach oben drauf. Jo, genau. Was ist das, die 50er oder eine 65er? Also ich würde sagen eher 50, ehrlich gesagt. Die 50er fand ich ja die deutlich bessere. Ja. Die gab es als 50 und 65er. Ach so, wirklich. Die Lichtqualität des 65ers war nicht wirklich besser, ja, obwohl man das eigentlich denkt, weil es eine größere Softbox ist. Aber ich hatte beide. Eine habe ich irgendwann mal, ich glaube, die größere habe ich mal verkauft. Und du siehst quasi keinen Unterschied in der Lichtqualität, aber die schluckt natürlich mehr Licht, die 65er. Und sie ist halt auch unhandlicher, weil sie deutlich größer ist, logischerweise. Also die 50er war die weitaus coolere Softbox. Ja, ja, ja. Ja, ich denke mal, dass die 50er, also die wirkt auf mich eher kleiner, ja. Sehr gut. Also das Coole daran ist ja, dass sie innerhalb von einer Minute oder weniger, 30 Sekunden oder sowas, dass sie komplett aufgebaut hat. Ja, total schnell. Da ist der Neiger mit dran, kannst du sofort auf Stativ draufpacken. Super, ja. Ja, das finde ich ein super, super Ding. Kostet auch, keine Ahnung, 120, 150 Euro oder so. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ja, cool. Jo. Was haben wir noch? Du hast die beiden OMDs, wolltest du noch? Na, dazu könnte ich mich doch nicht durchbringen. Also, ja, ich habe noch zwei OMDs, aber die, nein, die haue ich nicht einfach so raus. Nein, nein. Nein, ist gestrichen, natürlich nicht. War nur Spaß. Nee, ich habe eine A9, die wollte ich, nein, Quatsch. Also, nein, alles gut. Also keine, keine. Du hast noch einen Funkauslöser oder was hast du eben gesagt? Ja, ich habe einen Kabelfernauslöser. Gut, dass du das gesagt hast, den hätte ich jetzt tatsächlich schon fast vergessen. Das ist so ein Rolei. Ein Kabelfernauslöser von der Kamera. Ja, so ein Rolei ist das. Und der hat einen Anschluss, glaube ich, für Nikon-Kameras. Aber den kann man aber auch nachrüsten. Also, das kann man, also diese Anschlüsse kann man für die speziellen einzelnen Kameras kann man dann nachkaufen. Ja, und für den habe ich absolut keine Verwendung. Der ist mir auch zu groß. Ist aber, damit kannst du auch wirklich so ein bisschen Schnickschnack machen. Ich glaube, du kannst dann Funkauslösungen, Kabelauslösungen machen, Intervall und so weiter. Also, ja, ist schon ein bisschen eine bessere Variante, tatsächlich. Okay, ja, das ist auch cool. Jo. Ich habe noch was. Eine Sache hätte ich noch. Und zwar, soll ich sagen, oder willst du erst mal? Ja, hast du überhaupt noch was? Nee, nee, mach doch ruhig. Nein. Ich habe noch einen, das ist eigentlich richtig geil, ich habe noch einen, jetzt kommt der Hammer, Leute, das ist ein Jinbei-Porty. Also, so ein, ja, mobiler Blitz halt. Ist schon ein bisschen älter, Jinbei, aber eben hat ordentlich Power und mit Akkuteil und so weiter. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht sehr kompakt, aber kannst du halt mitnehmen. Das ist so ein 150er oder sowas? Ja. Also, frag mich jetzt nicht genau, wie viel Leistung der hat, aber auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Ja, ich glaube, ich habe den auch damals gehabt. Also, verkehrt ist das Teil nicht. Also, da kommt schon was zu ahnen. Nee, der ist mehr als 150. Zeig mal, kannst du den gerade mal in die Kamera machen? Ja, ich, ähm, es ist jetzt schwierig, weil da müsst ihr das Mikro mitnehmen und die, die, äh, das MacBook, also kann ich ja nicht. Ist egal, nee. Also, auf jeden Fall, der ist schon, der hat einen Jinbei-An, äh, Quatsch, einen Bones-Anschluss. Einen Bones-Anschluss, ja, genau. Und, ähm, ja, es, äh, ja, läuft, also funktioniert. Ich halt bin jetzt, ist mir eigentlich zu aufwendig. Ich wüsste nicht, wo geht es mir. Es ist wie der, wie der, wie der Quadra-Ranger, ne, so ein Teil. Ja, genau, also, wenn du, kannst du coole Sachen mitmachen, aber es ist halt nicht mehr meins, also, ja. Ja, ja. Und der steht ganz sicher länger als einem Jahr ohne eine einzige Auslösung rum, also von daher, weg damit. Den haust du auch rein? Hau ich rein, jo. Guck mal, da sind schon richtig, richtig geile Sachen da. Ja, ich muss mal gucken, was ich noch alles finde, das werden wir, da können wir, pass auf, dann werden wir es nächste Woche, äh, nochmal, nochmal auflisten, wenn wir die hundertste Folge haben. Oh, sehr gut. Was müssen denn unsere, ja, wollte ich gerade sagen, was müssen unsere Zuhörer machen, um, äh, daran teilzunehmen und um zu gewinnen? Ja, das wollte ich gerade sagen, wie, 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 wie werden wir denn die Teilnahmebedienungen äh, hier? Schreiben wir nochmal, oder du in dem Post nochmal die, ja, ich sag mal, Teilnahmemodalitäten, ne? In dem Post, ja, genau. Letztendlich einfach drunter, Namen drunter posten, ja? Ja, einfach. Und, ähm, so, und dann, dann losen wir das später aus. Vielleicht auch gerne, ähm, dabei schreiben, was gewünscht ist, ne? Das, das macht natürlich Sinn, ne? Was, 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 was derjenige haben will und warum. Ja, genau, was derjenige haben will und was er damit anfängt. Ja, das ist doch cool, ja, das ist doch gut. Ja, das finde ich gut. Sehr gut, sehr gut. Und, ähm, und, 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 und wenn jetzt alle sagen, ich will den, äh, Jinbei-Blitz haben, dann verlosen wir unter allen Leuten, die gesagt haben, ich will den Jinbei-Blitz haben, werden wir diesen dann verlosen. So, dann haben wir auch, dass jeder quasi nur einmal sich da auch einträgt. Also, also mehr als ein Teil sollte auch niemand dann gewinnen können. Ja, genau. Genau, 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 genau. Sehr gut. Und dann werden wir das nachher mit Jury und Zufallsgenerator in der 100. Nicht sagen, ich nimm alles, ne, sondern dass ich dann für eine Sache, hey, ich will den Moneymaker haben und dann kommst du in die Moneymaker-Verlosung rein. Ja, das ist doch cool. Und dann, und dann werden wir das alles, ähm, fair verlosen und dann auch in der Gruppe dann verkünden werden, ne? Super, ja, cool. Dann haben wir, ach, da fällt dir noch was ein. Ich wollte, ich wollte noch richtig einen raushauen. Und zwar wollte ich dann im Rahmen der hundertsten Folge nochmal ein richtig geiles Angebot für meine Masterclass machen. Also, du machst eine Aktion. Ja, genau. Da hatte ich ja auch Preise mal erhöht, ja, weil da auch das lief ja ganz gut, das Produkt und ich glaube, dass der Mehrwert da auf jeden Fall absolut gegeben ist und damit ist der Preis auch zwischendurch mal gestiegen und liegt aktuell bei 999 Euro. Und ich sage immer noch, das ist auch das doppelte Wert. Ja. Und, ähm, ja, mit der hundertsten Folge für kurze Zeit, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange, muss ich mir nochmal ausdenken, aber mit der hundertsten Folge wollte ich das, äh, die Masterclass dann für 299 Euro nochmal rausschleudern. Ja, sehr geil. Also als, als begrenzte Aktion und pack auch noch ein Portfolio Review auch noch oben mit drauf, also wer das kauft, der kann dann auch gerne noch mit mir noch ein persönliches Portfolio Review sich abholen. Ach so, ah ja, cool. Also wer einmal dein, dein vergünstigtes Angebot von der Masterclass, der kann auch noch on top, kriegt er noch ein Portfolio Review. Genau. Wow. Ja. Und, und ein paar, ähm, Bonis hat ja, hat die Masterclass ja sowieso, das sieht man ja auf der Masterclass-Seite, kann man gucken. Die gelten natürlich trotzdem weiterhin, also das Produkt bleibt das gleiche, nur der Preis geht, äh, liegt dann bei weniger als ein Drittel letztendlich dann, ne? Oder bei, bei einem guten Drittel. Sehr geil. Super. Weniger als ein Drittel. Ja. Sehr gut. So. Jo. 299 Euro. Jo. Genau. Dann haben wir, also ist schon, ist schon fett, was wir da jetzt dann raushauen, ne? Ja, richtig cool. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann müssen wir halt, wie gesagt, nochmal unsere Kisten nochmal durchkramen, mal schauen, was uns da... Ja, wenn da jetzt noch was dazukommt, ne? Noch finden. Wenn wir noch was finden, dann hauen wir das auch mit raus. Ja, bestimmt, da, da finden wir noch was. Da können wir, können wir einfach mal, auch mal, äh, ausnisten, das macht auch Sinn. Ja, sehr gut. Ja, cool. Mega. Mega, mega, mega. Gut, dann haben wir das sozusagen abgehakt, ähm, ich, ich, ich hab, äh, ich hab noch was auf dem Herz, Marc. Eine Sache, die... Ich bin ganz oben. Ja, wirklich. Und zwar, ich hab gestern eine E-Mail bekommen von einer Braut, na, ein Braut, von Brauteltern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt der Brautvater war oder die Brautmutter, ich vermute mal der Brautvater. Und zwar ging das um eine Hochzeit, die hab ich fotografiert, das war nur eine standsamtliche Trauung, die eigentlich im Rahmen einer großen Hochzeit sozusagen nochmal von mir vergünstigt mit angeboten wurde. Aber die große Hochzeit ist ja wie bei so vielen halt aufs nächste Jahr verschoben, ne? Und, ähm, das heißt, ich war eigentlich nur eine Stunde gebucht sozusagen und hab das fast umsonst rausgehauen, ne, ganz ehrlich. Und, ähm, ja gut, für die nächste große Hochzeit, die dann eben verschoben wurde, da ist dann natürlich dann der normale Preis, aber jetzt war es dann halt einfach mal vergünstigt. Und, äh, was jetzt schon vorher klar war, war die Tatsache, dass ich nicht mit dem Standesamt rein durfte, weil die Personenbegrenzung da tatsächlich zu groß war. Also, beziehungsweise, ich wäre lieb eine Person gewesen, die dann eben nicht mit rein darf. Und, ja, die wollten halt auch nicht auf die Trauzeugen und so weiter verzichten. Obwohl ich mit denen auch noch später, vorher noch geredet habe, ich hab gesagt, Leute, wenn ihr mich, wenn ihr jetzt irgendwie einen Trauzeugen rein, beispielsweise rauslässt, dann bin ich mit drin und dann habt ihr die Fotos von der Trauung, von der Beglückwünschung im Standesamt und dann könnt ihr das später euren Kindern zeigen, die es jetzt noch nicht gibt. Aber, naja, also, ähm, aber davon, das hat jetzt auch nicht gezogen. Die wollten halt dann eben, ähm, mich schon dabei haben, aber eben nicht zur Trauung. So, ähm, was jetzt aber, ähm, und jetzt eben, jetzt kam eben diese E-Mail. Also, ich hatte die Bilder alles fertig gemacht. Ich hab gesagt, ähm, die haben mich gefragt, wann kriegen wir das? Ich hab gesagt, Montag. Hab das aber am Samstag schon abgeliefert. Und, ähm, daraufhin, also, für den Brau, für das Brautpaar war es auch alles in Ordnung, aber die Brauteltern haben mich tatsächlich angeschrieben, also, gestern Abend, ja, genau, gestern Abend, und haben mir geschrieben, also, dass sie einige, also, die meisten auch ganz gut fand ich und ich hab ein paar auch sehr kreative gemacht. Wir waren in Harburg, also, das kennst du jetzt nicht, aber das ist so eigentlich einer der hässlichsten Stadtteile in Hamburg und da kannst du halt ganz viele schöne Akilocation-Bilder machen, mag ich sehr gerne, aber das passt wahrscheinlich nicht so richtig ins Weltbild der Brauteltern, ist auch okay, aber da waren auch viele schöne emotionale Bilder mit, ähm, ja, dem Sektempfang und so weiter, aber blöderweise, und jetzt kommt's, also, ich hatte wenig Bezug zu den Brauteltern, weil ich bin halt mittendrin gewesen und die hatten halt geschrieben, dass sie es sehr schade finden, dass kein Bild von denen in der Reportage ist, außer bei den Gruppenbildern und dass ich jetzt nachhaltig sozusagen leider die Erinnerung an diesen Tag getrübt hab, durch mich. so, ne, okay, da musste ich erst mal schlucken, also, da musste ich mich erst mal setzen. Ähm, da hab ich dann, ähm, ja, erst mal hab ich den Bräutigam angerufen, ähm, also, ich hab ihn angerufen, er hat er ja nicht erreicht, dann hab ich ihm eine E-Mail zurückgeschrieben, hab gesagt, also, ja, ganz, ganz locker, ne, ich hab ja relativ viele Auslösungen gemacht, also, ähm, da sind ganz sicher noch Bilder von den Brauteltern dabei und, äh, da werde ich morgen direkt mal nachschauen und die dann auch in der Galerie ergänzen, selbstverständlich. Ähm, dann hat der Bräutigam mich zurückgerufen und der war auch ein bisschen irritiert von den Brauteltern, also, ne, oder die Braut halt auch und, ähm. Von, von wem kam das E-Mail? Von, von der, ja, von dem Braut, vom Brautvater. Von, der Brautvater hatte ich angeschrieben. Ja, 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 ohne das jetzt irgendwie über das Brautpaar laufen zu lassen, sondern mich direkt, so, ne, und, ähm, dann hat, äh, also, ich hab ich... Nochmal eine Frage, wie lang warst du jetzt auf dieser Hochzeit? Also, ich war eine Stunde gebucht, aber im Endeffekt war ich dann doch mit Vorher-Dasein und war ich wahrscheinlich doch zwei Stunden da, ne, also, es war wirklich, es sollte wirklich nur die standesamtliche Trauung, ursprünglich mal nur die standesamtliche Trauung sein, hinterher ein bisschen Sektenempfang, paar Gruppenbilder, Punkt, ne. Und, ähm, aber ich hab gesagt, ach komm, dann machen wir noch ein kleines Paar-Shooting, das schenke ich euch noch on top, sozusagen. Und, ähm. Dann, dann ist ja viel Reportage gar nicht gewesen. Nein, ist es auch gar nicht. Also, Trauung ist nicht, ist jetzt, zählt nicht da drunter, das Paar-Shooting auch nicht. Also, ist so gerade so ein bisschen Sektempfang und dann war's das. Ja, dann dazu kamen dann auch noch, dann wurden auch noch Tauben irgendwie da an den Start gebracht, das war noch eine Überraschung und, äh, die waren dann natürlich im Mittelpunkt. Und, okay, also, wessen Fehler war das jetzt? Das war natürlich zunächst mal mein Fehler, also, denke ich mal, im Nachhinein. Ähm, ich war auch, äh, zu Anfang, ich war echt sauer auf diese Brauteltern. Im Nachhinein sag ich mir, okay, ich bin auch irgendwo dankbar, weil ich hab was gelernt. Also, Punkt Nummer eins ist, ähm, also, okay, ich löse es jetzt mal auf. Ich konnte natürlich, ich hab mich heute Morgen direkt rangesetzt, also heute Morgen rangesetzt und hab natürlich noch einige Bilder der Brautmutter speziell gefunden, auch vom Brautvater, auch mit der Umarmung und so weiter, wenn die, als die sich begrüßt haben. Ähm, also, das hab ich auch in der Galerie ergänzt und hab denen dann auch geschrieben, ähm, dass ich jetzt dann doch irgendwie für positive Erinnerungen, äh, sorgen kann und so weiter und, ähm, dass ich sie mal einlade, in die Galerie dann, ähm, äh, reinzugucken und vor allen Dingen auch, dass ich sie dann auch einlade, mich einfach mal, ich weiß nicht, mal neutral irgendwie oder anzurufen einfach mal, aber jetzt nicht so eine vorwurfsvolle E-Mail zu schreiben. Naja, gut, ähm, komische, aber darauf haben die jetzt noch nicht geantwortet, komisch, ne? Allerdings, ähm, äh, ist, also, ich hab das Ganze analysiert und da ist jetzt folgende Thematik gewesen. Normalerweise, da wirst du mir zustimmen, ist, wenn wir mit beim Standesamt drin sind, dann ist danach die Beglückwünschung, wir fotografieren die Trauung, wir fotografieren die Personen, die auch so da sitzen mit und wir fotografieren vor allen Dingen die Beglückwünschung. Und die Beglückwünschung ist die Nummer-Sicher-Sache, weil da werden alle engsten Familienmitglieder, die, die sind dann halt, die fallen dem Brautpaar um den Hals, egal ob Corona ist oder nicht und da hast du die alle safe, so. Aber das war ja noch nicht der Fall, ich war ja nicht mit drin, ne? Also, so, und, äh, das heißt, die hatten sich schon drin beglückwünscht und draußen waren nur noch so die paar Personen, die eben nicht mit rein durften, wie ich nicht, im Standesamt, die haben wir auch noch, die hab ich auch. Ja, ähm, dann hab ich nochmal ganz speziell die Großeltern auch ganz, äh, intensiv fotografiert. Ähm, das mach ich immer so, nebenbei. Und, ja, eben, aber die Brautmutter und Brautvater anscheinend nicht, ne? Also, die hab ich jetzt schon, aber dann doch bei der, als die morgens ankamen oder vormittags ankamen, sozusagen, als wir das Brautpaar in Empfang genommen haben, da hab ich die dann doch fotografiert, dass und dann die Bilder, die ich noch ergänzt hab. Aber, also, die ganz große Gefahr ist, die besteht, wenn du nicht mit rein darfst ins Standesamt, dass dann einfach Sachen nicht passieren, die du verinnerlicht hast. Also, die kannst du dann nicht wahrnehmen. Und hinterher, ich weiß nicht, neuronale Vernetzung, keine Ahnung, ähm, hab ich es halt einfach, ich hab da auch nicht dran gedacht, die nochmal zu fotografieren, ne? Aber weil ich, ich mach's ja sonst immer safe bei der Beglückwünschung, hab ich die ja immer. Also, das heißt, ich werde jetzt wirklich, ab jetzt, wenn ich bei eigener Trauung nicht mit rein darf, werde ich ganz explizit drauf achten, hab ich die Brauteltern irgendwie, keine Ahnung, beim Sektempfang oder so, ne? Oder da würde ich sogar auch nochmal Bilder nachstellen, ja? Allein aufgrund der Tatsache, dass, natürlich sollen die Brauteltern mit in der Reportage sein, ne? Und das, wenn, und sei es noch zu kurz, wenn die nicht mit drin sind, ist es immer mein Fehler. Weil ich muss, ich bin als Profi, muss ich mich drauf einstellen. Also, von daher, ne? Verstehst du, wie ich mein? Verstehe ich sehr gut. Gut, dass das Braut, die Brauteltern da, die E-Mail, ich sag mal, meiner Meinung schon irgendwie unglücklich formuliert haben und ich hab auch wirklich noch nie so eine E-Mail bekommen, also das hat mich richtig schockiert. Am liebsten wäre ich gestern Abend noch ins Studio gefahren, aber gut, da hab ich mich dann doch nochmal entspannt, aber, ja. Aber jetzt bin ich wirklich entspannt, weil ich konnte alles sozusagen nachliefern. Ja, genau. Also, ich habe das auch schon mal erzählt, ich hatte auch schon mal was ähnliches. Oh, okay, das verbruch ich mich. Habe ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt, dass ich jung bin. Vor Ewigkeiten schon mal, Frank im Podcast schon mal besprochen. Und der Punkt ist aber letztendlich, dass wenn du solche, so eine Kritik bekommst, ja, da kannst du natürlich sofort zurückschießen oder du gehst jetzt jetzt erstmal überlegst, okay, was habe ich jetzt vielleicht wirklich falsch gemacht? Ja, wo haben die Recht und wo kann ich auch an der Stelle dann auch was dazulernen? Ja, also mir ist das auch mal passiert. Dieser Kritik habe ich mich dann auch stellen müssen, die Eltern zu wenig fotografiert zu haben, bin dir auch nochmal Bilder nachgeliefert, ja. Aber tatsächlich sind die so ein bisschen bei mir aus dem Fokus geraten, ja. Das hatte halt auch irgendwo seine Gründe, möchte ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen, spielt aber keine Rolle. Der Fehler, den habe ich schon bei mir gesehen, ja. Das musst du einfach machen. Die Fotos musst du einfach abliefern, ja. Und den Schuh habe ich mir an der Stelle dann auch angezogen. Und das ist halt auch wichtig, dass du das dann an der Stelle auch machst und daraus auch ein Learning für dich mitnimmst, ja. Und ja, seitdem achte ich da natürlich ganz explizit drauf, dann die wichtigen Familienmitglieder wirklich dann auch alle mitzunehmen. Ja, definitiv. Mitunter ist es ein bisschen schwierig, wenn du jetzt dann irgendwie Familienverhältnisse hast, wo viel neu geheiratet wurde und geschieden oder so, dann kannst du das manchmal gar nicht so auseinanderhalten. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, auch eine Möglichkeit, einen Tipp vielleicht, vorher zum Brautpaar zu gehen. Auch das habe ich schon mal gemacht. Und denen sagen, hey, schick mir gerne vorher mal irgendwie ein Briefing, ja. Mach mal Fotos rein von den Leuten, die euch wirklich am wichtigsten sind, ja. Trauzeugen, Geschwister, damit ich das weiß, damit ich das vorher schon mal verinnerlichen kann und an dem Tag auch weiß, wen ich da, wo ich wirklich dann auch einen Fokus drauf lege. Ja, ist eine Möglichkeit, ja. Ja, kann man, kann es natürlich auch einfach dann, was weiß ich, da mal Rücksprache halten an dem Tag. Hey, wer ist denn jetzt hier, wer, wer gehört zu euch und wer ist jetzt hier wichtig? Ja, genau. Sehe ich irgendwas? Ist hier irgendjemand dabei, den ich jetzt so erstmal nicht als, als, als wichtigen Gast erkenne, ja. Und dann ist es auch gut, das funktioniert dann genauso. Ja, definitiv. Also, das, das stimmt. Wie heißt es? Reden, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, genau. Ja, also, naja, gut, ich meine, ja, also Brautmutter hat übrigens sehr häufig was Rotes an, rotes Kleid oder so, aber natürlich auch nicht immer. Ist aber trotzdem möglicherweise ein wertvoller Hinweis. Ja, natürlich, es war, ich bin auch sehr, sehr erleichtert, dass ich noch diese Bilder nachliefern konnte und ich habe mich auch wirklich überhaupt gar nicht an die Brautmutter erinnert im Nachhinein, aber eben, ich hatte ja auch wirklich kaum Zeit. Es war wenig Bezug zur Hochzeitsgesellschaft im Gegensatz zu sonst. Die hatten sich schon im Standesamt beglückwünscht und, ja, dann, ja, war das für mich das Thema. Standesamt kann ich eh nicht mit rein, in dem Fall auch abgehakt, ne. Und, naja, gut, aber so what? Ich konnte die Lücke schließen und das ist das Wichtigste. Und Learning daraus ist auch wirklich, gerade bei solchen Hochzeiten, wo du nicht mit rein darfst ins Standesamt, achte darauf, dass du wirklich dann die Hochzeitsgesellschaft mit drauf hast bei der, ja, beim Sektempfang draußen dann oder eben, ja, vorher, bevor sie mit reingehen oder so. So, ein kurzer Werbeblock für die 100. Getting-Ready-Episode, also eine Werbung in eigener Sache sozusagen. Und zwar, die nächste Folge wird live ausgestrahlt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr. Und, ja, du kannst mit dabei sein und deine Fragen sozusagen live und on-air an uns stellen. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann schau bitte einfach mal in die Shownotes. Das ist eine kurze Beschreibung, das ist ganz einfach. Und eine Verlosung wird stattfinden, auch noch. Und zwar richtig cooles Zeug ist dabei. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann schau bitte auch einfach mal in die Shownotes. Und da ist auch ein kurzer Link dabei. Und übrigens, das läuft sozusagen bei einem Facebook-Post. Und, ja, da kannst du wirklich eine Stunde vor der Live-Session kommentieren. Da bist du mit in der Lostrommel. Und, also bis 18 Uhr am kommenden Mittwoch. Und um 19 Uhr findet dann die Getting-Ready-Episode statt. So, und jetzt viel Spaß mit der 99. Episode weiterhin. Ein Thema wollte ich noch machen. Linien. Ja, genau. Das war auch übrigens das zweite Thema nach dem ersten Thema, nach der ersten Überschrift, die du geschrieben hast. Linien. Und ich habe mir gesagt, Linien, was meint der? Was meint der? Da musste ich ganz kurz ein bisschen drüber grübeln. Aber dann dachte mir ja, alles klar. Er meint natürlich Linien im Sinne von Linienführung. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein cooles Thema. Weil da kann ich nämlich auch einiges beitragen. Aber erzähl mal. Naja, Linien kommen ja in der Fotografie ganz häufig vor. Und Linien werden ja auch durchaus für Stilmittel sehr bewusst eingesetzt. Ja, weil mit Linien kannst du ja nun mal irgendwie den Fokus lenken. Linien sind schon spannend, ja. Und haben auch ihren ganz besonderen Reiz. Ja. Ja, in der Architektur gar nicht wegzudenken. Da hast du natürlich nur mit Linien. Und das ist aber auch eine Sache, auch in der Paarfotografie spielt ja Architektur durchaus auch eine Rolle. Ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich auch sehr gerne irgendwie so in der Heide fotografiere, weil du da eben keine Linien hast. Ja, richtig. Auch wenn ich Linien sehr schön finde, sind Linien durchaus sehr anstrengend, können sehr anstrengend in der Postproduktion sein. Ja, definitiv. Also du hast halt immer noch eine Komponente mehr, wo du dich drauf konzentrierst. Neben der Tatsache, dass du das Paar halt in eine Stimmung bringst, wo es eben charmant aussieht. Und dann hast du auch noch auf Linien, Linienführung im Bild ist halt dann auch noch ein, ja wie soll ich sagen, Brainfuck klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auf jeden Fall eine Herausforderung mehr. Also ich kann ja Linien nehmen, die mir jetzt irgendwie den Blick, den Fokus lenken. Ja. Ich habe aber auch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einfach irgendwo in Räumlichkeiten fotografiere oder vor einem Gebäude, habe ich nun mal auch Linien. Die dann auch gerne dazu neigen zu stürzen und krumm und schief zu sein. Jetzt kann ich natürlich beim Fotografieren schon darauf achten, möglichst gerade zu fotografieren, dass die Linien auch schon gerade sind. Was ich auch immer mache, wenn ich Linien dann so explizit im Bild habe. Trotzdem zu doof dafür bin, ja, hinterher gucke ich mir die Bilder an und dann ist trotzdem alles krumm und schief. In meinen Augen zumindest. Ja gut. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, wenn ich Linien, Architekturlinien habe, dann müssen die auch absolut gerade sein. Ja, sonst da flippe ich aus. Und das ist was, deswegen wollte ich das auch erwähnen. Ja, ich habe ja auch wirklich dieses Jahr so viele Portfolio Reviews gemacht und das ist das, was ich ganz, ganz häufig gesehen habe, dass da überhaupt keine Priorität drauf gelegt wird, dass du gerade Linien im Bild hast. Ja, da hast du Horizontlinien, die sind schief und krumm, ja, Häuserlinien, die sind schief und krumm und also da drehen sich mir die Fußnägel um, wenn ich sowas sehe. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, und ich war jetzt am, was war es, glaube ich, letzte Woche Donnerstag hatte ich genau, hatte ich ein After-Wedding-Shooting im Schloss Benrath, also ein sehr schönes Schloss. Ja, habe ich gesehen auf Instagram-Bild heute von. Da habe ich heute Morgen, habe ich ein Bild gepostet und das ist halt auch so ein Bild, da sind halt auch, wenn du das gesehen hast, da sind halt auch viele Linien, ja. Und das lebt auch davon, dass diese Linien gerade sind. Wenn das jetzt krumm und schief wäre, ja, dann würde dieses Bild aus meiner Sicht auf jeden Fall einfach nicht mehr funktionieren, ja. Und die musst du in der Postproduktion auch einfach wirklich gerade setzen. Das geht übrigens auch ziemlich einfach in Lightroom, was die meisten auch nicht wissen. Ja, aber Lightroom hat dafür eine sehr schöne Funktion, um Linien auch gerade zu stellen. Auto. Und damit meine ich, damit meine ich nicht Auto. Aber damit geht es auch sehr oft. Ja, manchmal. Oft nämlich leider nicht, ja, sondern wirklich nur manchmal und perfekt schon mal gar nicht. Ja, und so, aber solche, also so ein Bild, wie ich das heute Morgen wirklich gepostet habe, also die Brauter vor diesem Fenster, wo wirklich sehr viele Linien drin sind, die müssen einfach gerade ausgerichtet sein. Welche Funktion meinst du denn in Lightroom? Das ist, ja, auch transformieren, aber mit Hilfslinien. Ach so, ja, gut, das geht auch einfach, das stimmt, ja. Ja, ist ein bisschen aufwendiger als ein Knopf Auto drücken, ne, da musst du halt schon vier Linien auch im Bild platzieren dann. Zwei reichen leider. Meistens. Ja. Ja, zwei, kommt drauf an. Ja, gut. Kommt drauf an. Stimmt. Können reichen, müssen nicht. Ja, gut, du musst aber trotzdem schon einigermaßen vernünftig für Fotografieren, auch schon beim Fotografieren eigentlich drauf achten, weil sonst hast du das mögliche, möglicherweise solche Verzerrungen im Bild, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ein Graut irgendwie entweder ganz, ganz lang oder ganz dick ist, ne, also. Ja, ja, genau, also du musst, du musst auch schon beim Fotografieren auch schon drauf achten und wissen, was du da tust, genau. So, aber das reicht halt, egal wie sehr du dich da anstrengst, so geht's mir jedenfalls, egal wie sehr ich mich anstrenge und ich kann auch noch, ich mach dann, wenn ich sowas habe, mach ich auch noch den, die Wasserwaage immer an in der Kamera, ja, und es ist trotzdem nicht gerade hinterher. Krieg ich es nicht hin, ja, also da komme ich nicht drum herum, da auch wirklich dann meistens wirklich mit den Hilfslinien das Bild dann auch nochmal auszurichten. Aber das macht es meiner Meinung nach wirklich letztendlich aus, ja, und ich denke, dass da sehr viele Fotografen auch einfach noch ein bisschen mehr Priorität drauf legen sollten, zu gucken, dass, wenn wirklich Linien im Bild sind, dass die auch einfach gerade sind. Es sei denn, es sind eh schräge Linien, die jetzt einfach nur den Fokus führen dann, ja. Na gut, du hast ja auch, ich sag mal, quasi imaginäre oder unsichtbare Linien im Bild, also so, die dann zu einem Fluchtpunkt beispielsweise laufen, also so würde ich verstehen. Genau, das meine ich, aber die nenne ich jetzt mal Führungslinien. Die Führungslinien, ja, genau, also die, ja, die solltest, da solltest du natürlich auch drauf achten, dass du da ein, ich sag mal, dann kommt man ja auch zum Bildschnitt, ne, und wie ist das, wie ist die Linienführung im Bild, na, wie wird der Auge, also der Auge, ne, das Auge, das Auge des Betrachters gelenkt, ne, zum bildwichtigen Element und so weiter. Genau. Das ist natürlich, also das, das ist das, was ich jetzt spontan irgendwie mit Linien erstmal assoziiere. Aber diese Linien müssen ja jetzt nicht korrekt ausgerichtet werden, ne, sondern, was ich jetzt gerade zumindest an der Stelle meinte, Linien sind alles, ne, aber was ich jetzt gerade meinte, sind jetzt Architekturlinien, ja, damit du eben da nicht irgendwie kreuz und quer und stürzende Linien und sowas hast. Ja, ja, das stimmt. Führungslinien sind halt wirklich was anderes dann, ne, die können ja jetzt auch irgendwie diagonal wirklich durchs Bild laufen und den Fokus dann entsprechend lenken. Richtig, genau, genau. Auch wichtig, aber ganz oft ist es so, wenn du jetzt ein Bild mittig zentriert fotografierst, dass da das bildwichtige Element ist ja ganz oft, dass Brautpaar eben einfach nicht genau in der Mitte ist, sondern irgendwie dann doch zu einem, zum, zum, eher auf einer Seite sich befindet. Und, ja, das ist halt einfach dann, ja, also kann mir keiner erzählen, dass das so gewollt ist. Also entweder ist es in der Mitte oder eben nicht, ne. Aber, dass, wenn das so ungenau ist, dann, ja, fällt uns das. Du meinst jetzt leicht außer mittig. Ja, ja, genau, genau. Ja, wenn du es jetzt auf der Drittellinie hast, dann ist es natürlich gewollt. Nee, dann ist es wieder, ja, könnte dann. Ansonsten mittig, wenn es aber leicht außer mittig ist, ja, das finde ich auch, das finde ich auch doof. Ja, genau, genau. Gibt es eigentlich bei dir so einen favorisierten Bildschnitt, den du machst? Also, wo du sagst, so, das, ja, das ist immer wiederkehrendes Element in meinen Reportage-Bildern oder Brautpaar-Bildern? Ja, durchaus. Also, ich neige zumindest auch seit, seit Instagram auch immer mehr dazu, mittig zu fotografieren. Also, das ist aber wirklich, glaube ich, Instagram geschuldet. Ja, tatsächlich, okay. Interessant. Ich mache das tatsächlich auch so. Ich würde gerade hier nur, also, wenn du mir meine Reportage anguckst, das ist Signature. Das ist wirklich, 98 Prozent, würde ich sagen, der Bilder sind zentriert quasi fotografiert und ganz, ganz wenig. Oder ich versuche es irgendwie ausgewogen zu gestalten, sozusagen. Aber dass ich jetzt sage, irgendwie goldener Schnitt und so weiter, das habe ich eigentlich wenig. Tatsächlich ist es meist zentriert fotografiert, ist es auch für mich, aber es kommt daher, weil es ist eine einfache Sache. Ich kann mein Gehirn quasi ausschalten, weil ich nicht auf den Bildschnitt achten muss. Weißt du, wie ich meine? Also, ich fotografiere einfach zentriert und dann weiß ich, das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber der goldene Schnitt findet sich ja trotzdem da wieder, wahrscheinlich jedenfalls, weil du dann nämlich die Augen zum Beispiel auf der oberen dritten Linie oder sowas hast. Oder der unteren eben. Ja, und das ist dann ja wieder goldener Schnitt. Ja, okay, stimmt. Weil dann wirklich zentral mittig, das sieht wirklich meistens scheiße aus. Das ist richtig. Also meistens ist es nicht zentral mittig, also sozusagen, aber dennoch das bildwichtige Element ist in der Horizontalen irgendwie in der Mitte. Oder du weißt, wie ich meine. Ja, ja, ja. Also so wie du jetzt hier auf dem Zoom. Das ist auch mittig. Ja, genau. Wo nicht ganz, aber... Regeln sind ja auch dafür da gebrochen zu sein. Es gibt doch dieses Sprichwort, ne? Learn the rules like a pro and break them like an artist. Also, lernen die Regeln wie ein Profi und brich sie wie ein Künstler. Also, ja, stimmt natürlich. Aber das ist genau der Punkt, ne? Du musst die Regeln erstmal beherrschen, bevor du sie dann auch brechen kannst, ne? Weil wenn du sie gar nicht beherrschst, funktioniert es irgendwie nicht. Ja, genau, genau. Also direkt mit Regeln brechen anfangen, nicht gut. Nee, nee, das wäre ja nicht. Also erstmal wirklich, wie oder welche Möglichkeiten gibt es das halt? Und irgendwie ist es dann ja auch, je öfter man das macht, desto mehr hat man ja auch ein Gefühl dafür, dass man sieht, dass ich sofort sehe, wenn ich durchs Display gucke, oder du guckst auf den Monitor, ne? Wie sieht das charmant aus? Also was, oder was muss ich jetzt verändern? Oder habe ich eine Sache, die sieht zwar schon, ja, ganz okay aus, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt meine Knie, nehme ich die Kamera nach oben, ne? Kann ich da noch was verbessern, sozusagen? Und ja, und klar, da kommen natürlich auch Linien, Linienführung und so weiter mit ins Spiel. Und ja, genau, richtig. Aber genau wie du sagst, ne? Du fotografierst gerne in der Heide, ich übrigens auch. Und ja, da ist halt, da musst du halt nicht auf irgendwelche Architekturlinien achten. Ja, das ist, also, wenn, ich sag jetzt hier so ein Shooting wie letzte Woche im Schloss, ja, da steckt deutlich mehr Arbeit in der Post drin, als wenn du jetzt in die Heide gehst, ja? Weil da brauchst du nichts mehr ausrichten. Und wenn du so viele Linien, Architekturlinien im Bild hast, dann fängst du an. Und ich jedenfalls, ja, ich bin da sehr penibel. Ich will das dann auch wirklich gerade haben, sonst gefällt mir das nicht. Und da stecke ich viel Zeit rein dann. Es gibt natürlich in der Heide auch schon so ein paar Sachen, worauf du achten musst. Gut, ich meine, ich weiß nicht, wie bei euch die Heide ist. Bei uns ist es so, also hier im Norden, dass da auch manchmal so ein bisschen bewaldete Bereiche sind. Und da musst du natürlich schon drauf gucken, dass da nicht irgendwie so ein Baum aus dem Kopf wächst, ne? Direkt. Okay, aber das ist ja, das ist ja was, worauf ich beim Fotografieren achte und nicht in der Post. Ja, ja, da musst du beim Fotografieren drauf. Bei der Post hast du da verloren. Also du kannst den Baum noch wegstempeln. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ansonsten. Ja, aber da achte ich aber lieber beim Fotografieren schon drauf, bevor ich den Baum wegstemple. Also ich achte auf sowas. Oder jetzt eine Sache kommt jetzt noch, Marc. Wenn, also das ist dann wieder die Regeln, wie ein Künstler zu brechen. Wenn du, vielleicht willst du ja auch, dass da, also du stellst das Brautpaar quasi direkt vorm großen Baum und du willst wirklich, dass der Baum aus den beiden rauswächst, dann darfst du das auch so machen. Und dann ist es auch wieder cool. Aber das sieht man dann auch, dass es so sein soll. Na, ich wollte gerade sagen, dann sieht man auch, dass es gewollt ist. Auf jeden Fall. Aber du gehst ja jetzt eben nicht hin in der Heide und fängst dann in der Postproduktion hinterher an, da die Bäume gerade auszurichten. Und das ist halt die Zeit, die du einfach dann spartst. Apropos Heide oder auch, keine Ahnung, See kann auch sein. Egal. Da achte ich dann schon auch darauf, auch wieder Linie, dass die Horizontlinie möglichst nicht durch den Kopf geht direkt. Genau. Und nicht durch den Hals. Auch nicht. Hals finde ich noch schlimmer als Kopf. Dann lieber durch den Kopf. Hals finde ich am allerschlimmsten, weil das sieht aus wie geköpft. Ja, stimmt. Das gibt so ein paar Punkte, wo du schneiden kannst und ein paar Punkte, wo du es halt nicht solltest. Ja, genau. Aber darauf... Aber richtig. Ja, ganz genau. Also, genau, dass die Horizontlinie irgendwie durch den Oberkörper oder irgendwie Hüfte geht oder so. Oder eben, ja, dass du die Kamera nach oben nimmst und dann geht die Horizontlinie gar nicht durch die Person. Das kann eben auch ganz cool sein. Und gerade, wenn du Wasser im Horizont hast, also eine Wasserhorizontlinie, Meer zum Beispiel, die muss auch wirklich komplett im Wasser, also waagerecht sein. Ja, also da drehe ich durch, wenn da auch, wenn das Bild kippt und dann quasi das Meer ausläuft. Also drehe ich ab, gehe ich kaputt. Ja, kann ich auch gar nicht. Gehe ich auch. Wenn dir, wenn das Bild... Also meistens ist es ja so, dass wir schon auch gerade fotografieren, würde ich auch wirklich immer empfehlen. Allerdings auch da kann man wieder die Regeln brechen, wenn du eine gewisse Dynamik im Bild haben möchtest, kann man es auch mal leicht anschrägen. Aber dann muss es auch stimmig sein und passen irgendwie. Und ja, aber dann sieht man es auch, dass es so sein soll. Aber grundsätzlich würde ich halt auch eher gerade fotografieren, weil wir gehen ja auch nicht mit schiefem Blick irgendwie. Unser Kopf verteilen wir auch meist gerade. Ja, nein, aber auch da muss ich wieder für mich gestehen, eingestehen, ich kriege es nicht hin, gerade zu fotografieren. Ich gebe mir beim Fotografieren die Mühe. Guck dann auch... Ich habe ja schon ein paar Mal am Meer fotografiert, so ist das ja nicht. Und dann versuche ich beim Fotografieren ganz explizit darauf zu achten, dass ich die Horizontlinie wirklich gerade habe. Kannst du vergessen, ist hinterher schief. Ich weiß nicht, ob mein Kopf schief ist oder woran es liegt. Auf jeden Fall ist das hinterher schief. Also ich komme nicht drumherum, das wieder gerade auszurichten. Aber das ist der Punkt und das sieht man so häufig. Ja, stimmt. Ja, dass dann, dass sich da keine Mühe gegeben wird, so eine Linie nochmal auszurichten. Ja, und wenn die nur minimal schief ist, das sehe ich sofort dann im fertigen Bild. Und das kann ich nicht leiden. Ja, stimmt. Ich glaube, dass es halt keiner wirklich leiden kann, aber man achtet halt... Viele achten nicht drauf. Natürlich achten sehr viele drauf, aber genauso viele eben nicht. Ja, das ist halt unsere Aufgabe in der Nachbararbeitung. Und das geht ja auch relativ einfach und schnell dann, das gerade auszurichten. Ja, absolut. Aber das musst du machen. Musst du machen, ja. Musst du machen. Stimmt, stimmt. Ja, und damit kannst du halt mit wenig Aufwand das Bild natürlich dann direkt nochmal echt deutlich optimieren. Ja, voll. Das stimmt. Auch so, also was ich auch mal mache, sind dann so... Gut, das hat jetzt nicht direkt was mit Linien zu tun, aber ich gucke schon gerade eben, wenn ich beim Empfang oder so weit wenig fotografiere, gucke ich auch immer auf die Ränder. Also ich scanne einmal wirklich die Ränder ab und wenn da jetzt irgendwelche von anderen Personen im Anschnitt noch irgendwie einen Arm reinhängt ins Bild, dann skaliere ich den auch weg. Also das mache ich gleich, wenn ich das Bild mit gerade ausrichte, weil das mag ich auch nicht irgendwie, ne. Mhm. Ja, sehe ich auch bei vielen, also bei vielen sehe ich halt auch Arme noch im Bild oder so oder irgendwelche Beine oder halbe Nasen oder ganze Nasen, aber keine ganzen Köpfe. Und ja, darauf solltet ihr auch mal achten. Auch idealerweise direkt beim Fotografieren drauf achten, ansonsten hinter wegkroppen dann. Kroppen oder Stempeln, je nachdem. Ja, meistens ist es doch, naja, Kroppen, das geht ja auch, sind ja, sind nur ganz wenig und dann passt es auch meistens, ja. Ja. Ja, sehr gut. Das waren die Linien. Ja. Haben wir das Thema Linien? Gut, da kann man natürlich noch mehr drüber reden, aber. Da kannst du noch mehr. Ja, aber, ja, ich war, also wenn ich jetzt in der Stadt bin, so ein paar, habe ich ja auch manchmal so ein paar Engagement-Shootings, Urbane sozusagen, oder eben auch Brautpaar-Shootings in der Stadt, also in Buxtehude, tatsächlich da in dem Fall. Da wohnst du noch. Ja, genau. Dann, ja, dann gucke ich schon auch tatsächlich, ja, auf Linien und Architektur. Ja, ganz unweigerlich, ja. Ja, genau, Punkt, ne. Also über, über Paar-Shootings oder eben Brautpaar-Shootings in der Stadt kann man auch wiederum eine eigene Podcast-Folge machen, merke ich gerade, weil da gibt es auch noch deutlich mehr zu sagen, als sollen die Linien auch so Lichttaschen, wenn die Sonne da irgendwo hinfällt, aber das machen wir vielleicht dann doch einen anderen Mal. Dann nehmen wir uns das doch auch für 101, oder? Ich habe übrigens, genau, für 101. Ich habe übrigens noch eine Sache, müssen wir ja noch aufklären, ne? Also, vielleicht abschließend. Apropos, wir hatten mich, erinnerst du dich noch in der letzten Folge gesagt, wir klären diesmal auf, wie wir einen sozusagen sinnvoll eine Hochzeit weitergeben an Kollegen. Ja, ja, jetzt, wo du sagst. Ja, ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja, wollen wir es mal schnell machen? Weil ich, ich habe nämlich auch gleich noch ein Gespräch mit einem Brautpaar. Und wo dieses Brautpaar, also die hatten sich auf ein, na, wieder bei mir quasi auf eine Werbeanzeige gemeldet. Und ich habe übrigens jetzt drei, also ganz, ganz kurz gesagt, ich habe für eine Woche Werbung, Facebook-Werbung laufen gehabt, für, oder nicht mal, für fünf Tage und fünf Euro Budget. Und drei, heute war, gestern Abend war die vierte Anfrage daraus generiert. Also, wirklich, richtig mega cool. Also, da brauchst du keine Instagram-Vertrauen aufbrauen, nix. Einfach nur, ja, ist doch so. Einfach nur, also eine sinnvolle Werbeanzeige und dann läuft das. Also, richtig gut. Und ja, mit den Telefonieren gleich noch. Freue ich mich auch schon drauf. Aber es war jetzt eben auch tatsächlich so, dass ich ja auch schon auch aufgrund Werbeanzeigen eben Anfragen habe, wo ich schon gebucht bin. Das kommt ja auch vor. Und da, wie gebe ich das sinnvoll weiter sozusagen an einen Kollegen oder eben auch an meinen Kollegen, mit denen ich jetzt auch zusammen, die auch Joris Hochzeiten fotografiere. Das mache ich einfach dadurch, dass ich dem Brautpaar sage, dass, wie es auch ist letztendlich, das ist ja mal das Wichtige, wir haben ja bis letztes Jahr Hochzeiten zusammen fotografiert und ab jetzt, um eben auch gerade aufgrund der ganzen Verschiebung Brautpaare auch abzuholen und eben auch glücklich zu machen mit unseren Bildern, dann fürs nächste Jahr, dann teilen wir uns halt auf. Und wir machen das mal so, dass ich die Paare oder beziehungsweise Joris, die auf ein kostenloses Shooting einlädt, also ein kurzes. Und wenn die dann Vertrauen gefasst haben und dann auch die Bilder von Joris cool sind, was sie sind und die dann auch die andere Person als nett empfinden, ja, dann können sie die andere Person als Fotografen buchen. Aber du musst es halt dann auch so übergeben. Also das reicht nicht, wenn du dann einfach eine E-Mail schreibst, melde dich mal bei dem und dem, sondern du musst wirklich mit denen telefonieren, mit den Paaren und auch vielleicht sogar bei dem Shooting mit dabei sein. Also gut, da könnte man sich dann über eine Provisionsregelung und so weiter unterhalten, aber das klappt super. Also so haben wir schon, also so hat Joris schon fünf oder sechs Hochzeiten fürs nächste Jahr. Hoffentlich finden sie statt, aber bekommen. Ja, genau. Also das ist sozusagen, ja, so machen wir es. Also ich finde es halt verschenkt, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst für einen Termin XY, an dem du bereits schon gebucht bist und dann dem Paar schreibst, sorry, ich kann euch nichts anbieten, ich habe schon eine Buchung an dem Tag. Nee, das geht gar nicht, nee, das stimmt. Ja, so, also empfehle ich doch sehr gerne einen Kollegen an der Stelle, ja, und ich kann den ja vorher fragen. Ja. Vielleicht habe ich auch zwei, drei Kollegen oder sowas, mit denen ich da sowas mache und dann frage ich nach, so, wer hat Zeit oder hast du Zeit und wenn nicht, dann frage ich beim nächsten nach, so, und jetzt sagt der, ja, ich habe Zeit, wunderbar, dann kann ich direkt explizit diesen Kollegen empfehlen, ja, und schreibt dann ganz nett zurück und schau mal hier, ich habe hier einen Kollegen, da weiß ich, der hat an dem Tag noch keine Buchung und der fotografiert auch in einem sehr ähnlichen Stil wie ich, das heißt, wenn dir meine Bilder gefallen, dann gefallen dir wahrscheinlich auch seine Bilder, schaut euch das mal an, der freut sich auf jeden Fall, wenn ihr euch bei ihm dann meldet, weiß Bescheid. Ja, also, genau. Und das passiert halt auch sehr häufig und auch so erhalte ich einige meiner Buche. Ja, und anfange auch. Ja, und wenn du da mit zwei, drei Leuten oder sowas dich da entsprechend dann austauschst und dir die Aufträge da hin und her schiebst, dann ist das ein sehr gutes Empfehlungsmarketing. Oder zumindest ein Teil des Empfehlungsmarketings, eines möglichen Empfehlungsmarketing. Also, was die, wie sagt man, also den Erfolg ganz sicher noch deutlich erhöhen wird, ist die Tatsache, wenn du wirklich mit dem Brautpaar, was dich nicht umkunden wird, weil du da eine Hochzeit hast, wenn du mit dem trotzdem telefonierst und den wirklich mündlich quasi an Telefon den anderen Kollegen empfiehlst. Weil das ist sozusagen nochmal, da merken die, dir ist es wirklich wichtig, dass es jetzt keine Standard-Mail, die du raushaust, sondern das ist einfach persönlich, dir liegt was daran, dass dieses Paar einen guten Fotografen bekommt. Und danach werden die sich dann deutlich mehr richten, als wenn du nur eine E-Mail schreibst. Also ganz wirklich, der persönliche Kontakt ist da nicht zu toppen in der Hinsicht. Ja, da gebe ich dir sogar recht. Klar, auf jeden Fall. Sogar recht. Nein, nein, Entschuldigung, das war falsch ausgedrückt. Nein, ich gebe mich nicht sogar, ich gebe dir recht. Ich verstehe schon. Punkt. Falsch ausgedrückt. Ich gebe dir recht. Wenn du deinem Kollegen da jetzt was Gutes tun willst, dann greif zum Hörer und ruf tatsächlich an, denn das kommt ja zurück, was du anderen Leuten, wenn du denen Gutes tust, werden die dir auch Gutes tun. Definitiv. Ja. Ja, richtig. So. Sehr gut. Das schon. Also es wäre schade, da einfach zu schreiben, sorry, ich habe keine Zeit. Danke für die Anfrage. Tschüss. Ja, das würde gar nicht gehen. Ja, so viel dazu, Marc. Mehr habe ich da ja auch gar nichts zu sagen. Also ich werde jetzt gleich noch ein Brautpaar, also das besagte Brautpaar anrufen. Allerdings musste ich das in der nächsten Viertelstunde machen. Also das heißt, wir müssen leider langsam zu Ende gehen. Ja, dann mach das. Ich habe heute auch noch ein Vorgespräch für eine Hochzeit nächstes Jahr. Und... Ah, hast du? Kommt auch aus einer Empfehlung. Ja. Kommt auch aus einer Empfehlung. Cool. Ja, gleiches Thema. Sehr gut, genau. Machst du das per Zoom auch oder persönlich? Nee, die kommen persönlich. Das ist doch cool. Ja, dann drücke ich dir alle Daumen auf jeden Fall. Ja, danke. Das wird schon. Ja, dann freue ich mich jetzt auf die 101. Folge. Schnell nochmal den Call to Action der heutigen Folge. Auf die 100. Nächste Woche ist die 100. Folge und wir hauen da einige, wie soll ich sagen, Goodies von uns raus. Nee, Goodies nicht. Unsere alten Fotografie-Schätze, die wir nicht mehr nutzen, die verschenken wir in Form einer Verlosung. Und wer daran teilnehmen möchte, der sollte jetzt schnell der Facebook-Gruppe Erfolg als Hochzeitsfotograf, den Link findet ihr in den Shownotes, beitreten, damit ihr dann nächste Woche zur 100. Folge an der Verlosung teilnehmen könnt. Habe ich das gut gesagt? Sehr cool, hast du was gesagt. Richtig gut. Ja, dem würde ich sagen, das können wir so stehen lassen und wir verlinken das natürlich an doch alles in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn du sagst, wir verlinken das in den Shownotes, meinst du dich? Ja, also ich glaube, ich bin an der Reihe, die Episode an den Start zu bringen. Genau, das wollte ich nur kurz klären. Also ich werde diese Episode quasi schneiden, machen wir ja nicht, aber auf jeden Fall, ich bringe sie an den Start, genau. Sehr schön. Super. Gut, dann schicke ich dir gleich mein Audio. Ich freue mich drauf. Und wir hören uns dann in der 100. Folge wieder. Sehr, sehr cool. Alles klar, Marc? Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ein erfolgreiches Vorgespräch und eine schöne Woche. Dito. Torben. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. So Leute, ich hoffe, ihr seid auch schon so hot auf die 100. Getting-Ready-Episode wie Marc und ich. Und ja, wenn du live dabei sein möchtest, dann kannst du das auch. Und ja, dann guck einfach nochmal in die Shownotes und da findest du einen Link da und eine kurze Beschreibung. Und dann bist du sozusagen live mit in der Episode und kannst deine Fragen an uns stellen. Und der Post mit der Verlosung, also fürs Gewinnspiel, der ist ab Freitag online und kommentieren kannst du bis eine Stunde vor der Live-Session, also bis 18 Uhr und 19 Uhr ist dann die Live-Session, da ist die Live-Podcast-Aufnahme. Für dich, für euch erstmal eine schöne Woche und dann, wir freuen uns schon mega, euch persönlich kennenzulernen am kommenden Mittwoch um 19 Uhr.